Hohoho, fröhliche Schrottnachten. Ja, das ist die Videocompilation, die ich angekündigt hatte. Fast eine Stunde von Offcuts und unfertigen Projekten und sonstigen Blödsinn, wo ihr meine Stimme in unzusammenhängenden Snippets für euch etwa eine Stunde anhören könnt. Kurz etwas zum Kontext, das sind alles Bits von Videos, die ich entweder angefangen habe, aber die mittlerweile so weit auf die Seite gestellt wurden, dass sie wahrscheinlich nie fertig werden. Oder es sind Bits, die aus Videos rausgeschnitten wurden. Oder es sind Projekte, die ich irgendwann angefangen habe, für die ich ein, zwei Sachen aufgenommen habe und dann gemerkt habe, das Video hat nicht wirklich genug Material für ein eigenes Video und habe dann aufgehört, daran zu arbeiten. Das heißt, alles in allem haben wir eine Mischung aus Zeug, das nie fertig werden wird, Zeug, an dem ich nicht mehr weiterarbeiten möchte und Zeug, das nicht gut genug war für eigene Videos. Also in anderen Worten, das perfekte Schrottnachtsgeschenk. Ich hoffe, ihr habt dabei viel Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest des Jahres, frohes Fest und einen guten Rutsch ins nächste, hoffentlich weniger beschissene Jahr. Tü-lü. Okay, Fun Story. Ich hatte für etwa eine Woche kein Internet zu Hause, also musste ich mich irgendwie unterhalten. Und dabei habe ich unter anderem alte Folgen von Game of Thrones, die ich auf dem Rechner hatte, mir nochmal angeguckt. Und ich habe jetzt, nachdem ich die ersten paar Staffeln geguckt habe, eine Theorie, warum die zweite Hälfte von Game of Thrones so unheimlich beschissen war. Okay, Realität ist wahrscheinlich einfach, dass Benioff und Rice zu blöd sind, irgendwas vernünftig zu schreiben, wenn man ihnen nicht das Händchen dabei hält. Aber ich habe eine Idee, was der Grund dafür sein könnte, warum sie so doof sind. Für die von euch, die Game of Thrones nie geguckt haben und warum zum Teufel guckt ihr dieses Video, wenn ihr Game of Thrones nicht gesehen habt, what the fuck ist falsch bei euch? Aber für die von euch, die es nicht gesehen haben, Game of Thrones ist eine sehr politische Fantasy-Welt. Es geht nicht um irgendwelche Helden, die Drachen erschlagen, sondern es geht um eine Armee von Untoten, die uns alle vernichten wird. Aber das ist mehr so der B- oder C- vielleicht D-Plot, wenn wir Glück haben. In den meisten Plots geht es darum, wie verschiedene politische Gruppen und religiöse Organisationen und die Familien der Adeligen sich positionieren, um den meisten Vorteil für sich selber zu erlangen. Es gibt Mord, Intrigen, Betrug und das ganze andere Zeug, was man eben bei Politik braucht, damit es nicht langweilig wird. Und die ersten vier Staffeln sind wirklich gut, vor allem für Fantasy-Fernsehen, was zu einem Großteil daran liegen dürfte, dass Benioff und Wise sehr viel von George R. R. Martin abschreiben konnten, weil sie da relativ nah an den Büchern gearbeitet haben. Aber ab Staffel 5 wurde das Ganze mehr frei formen und weicht teilweise sehr extrem von den Büchern ab. Eines der Hauptprobleme, warum der Plot selber so beschissen ist, ist meiner Meinung nach, dass die nötige Grundarbeit nicht gelegt wurde. Und es hilft nicht wirklich, dass von den ursprünglich 13 geplanten Staffeln nur 8 Staffeln umgesetzt wurden, weil die beiden Deppen keinen Bock mehr hatten. Das Problem damit, wenn man die Grundarbeit nicht macht, ist, dass man später gewisse Bauteile einfach nicht hat. Ich sollte, glaube ich, ein Beispiel bringen, um zu erklären, was ich genau meine. Nehmen wir einfach mal Jane Poole. Jane Poole ist die beste Freundin von Sansa, am Anfang der Romanreihe. Und nachdem Ned es versucht und scheitert, Joffrey vom Thron zu stoßen, wird Jane Poole an Mittelfinger... Mittelfinger... Fuck. ...wird Jane Poole an Littlefinger übergeben. Und taucht ein paar Romane später auf als, in Anführungsstrichen, Arya Stark, die mit den Boltons verheiratet wird, damit Arya Stark durch eine politische Hochzeit die Boltons zu den legitimen Wächtern des Nordens macht. In der Serie taucht Jane Poole allerdings niemals auf. Das heißt, es gibt keine Fake-Arya. Das heißt, irgendjemand anders muss zu den Boltons einheiraten. Und das ist in dem Fall Sansa. Und somit wird die Storyline, die Littlefinger und Sansa in den Büchern haben werden, einfach stumpf abgeschnitten, weil Sansa nach Winterfell muss, um die Boltons zu heiraten. Und ihr merkt, wie es dadurch zu Abweichungen vom Buch kommen kann und zu Aktionen, die nicht wirklich Sinn machen, wenn man dieselbe Grundarbeit wie in den Büchern gemacht hat. Aber kommen wir zum eigentlichen Problem, was ich allophonien-technisch gefunden habe. Ich gehe davon aus, dass Benioff und Wise zu blöd sind, abstrakt zu denken. Was ich damit meine ist, in jeder Szene gibt es zumindest einen benannten Charakter, anstatt dass ein Repräsentant für diese Person rausgeschickt wird. Das wirkt sehr videogame-technisch. Okay, lass mich kurz erklären, was ich meine. In Staffel 7 haben wir die Queen of Thorns oder Lady of Thorns oder die Oma Tyrell. In einer Folge in Staffel 7 ist Oma Tyrell am relativen Anfang der Folge auf Dragonstone, um mit Dany und den Sand Snakes und wem auch immer da alles gerade rumläuft, die Kriegspläne zu besprechen und am Ende derselben Folge wird sie in Highgarden belagert. Für die von euch, die nicht wissen, was genau das jetzt heißt, das heißt, dass eine Oma von 60 bis 90 Jahren, ich bin ganz so faul nachzugucken, wie alt die Dame sein soll, entweder eine Bootsreise um den kompletten fucking Kontinent gemacht hat, an der Hauptstadt der Gegner vorbei wohlgemerkt oder sie hat einen kompletten Kontinent überquert und dann eine Bootsreise gemacht, die ein paar Tage dauert, um in fucking Dragonstone anzukommen und hat dann die komplette Strecke wieder zurückgesegelt und sich gerade in Highgarden wieder häuslich eingefunden, nur um da belagert zu werden. Es macht vor und hinten keinen Sinn. Es wäre hier deutlich sinnvoller, wenn sich die Lords und Ladies wie in den Büchern über Raben verständigen würden. Aber weil das dann keine Kommunikation Gesicht zu Gesicht ist und weniger cool aussieht, lassen wir die ganze Logik einfach am Rand liegen und wir machen den ganzen Scheiß, der uns gerade in den Kram passt. Das heißt, wir schicken eine Oma einfach quer durch die Weltgeschichte, damit sie direkt mit Leuten reden kann, anstatt Briefe zu schreiben, wie es normale Großmütter machen würden. Und Gott, diese letzten Staffeln waren beschissen. Außerdem gibt es stumpf keine Konsequenzen mehr. Nehmen wir mal als Beispiel Staffel 8, Folge 3, Die lange Nacht. Das ist der Teil, wo die Armee der Untoten auf die Menschen einrennt und es sterben drei namentlich erwähnte Charaktere, vielleicht vier, wenn ich die aufgepasst habe. Die Apokalypse passiert und vier Leute, die Namen bekommen haben, sterben. LOL. Dazu kommt, dass es eine, um ehrlich zu sein, recht gut gemachte Szene gibt, wo die Dothraki, also die Hun, aber Fantasy, in die Armee der Untoten reinrennen, weil sie Vollidioten sind und man langsam sieht, wie die Lichter der Dothraki verlöschen. Und eben Inside the Episode, also dem Making-of-Blödsinn, der dahinter läuft, sagt noch einer von den beiden Deppen, wir sehen das Ende der Dothraki. Nur damit in der nächsten Folge irgendein Depp sagen kann, ja, wir haben vielleicht die Hälfte der Dothraki verloren, pass wohl. Und dann, zwei Folgen später, gibt es wieder eine riesige Menge an Dothraki. Das fühlt sich nicht an wie eine wirkliche Fantasy-Story, das fühlt sich an wie entweder ein Warhammer-Fantasy-Battle-Report, wo Dany einfach neue Dothraki in die Armee packen kann, damit sie auf ihre Punktkosten kommt. Oder es fühlt sich an wie ein Videogame, wo Dany irgendwo eine Base hat und dann neue Einheiten produzieren kann. Was für ein Haufen Scheiße. Fantasy und Fiction im Allgemeinen ist, was Moral angeht, häufig relativ flach. Die Helden sind gut und strahlend und ehrenhaft und meistens relativ sexy. Und die Bösewichte sind böse, hinterhältig und meistens irgendwie hässlich. Ah, fuck, ich glaube, diese Einhaltung funktioniert nicht wirklich, oder? Fuck, äh, probieren wir es nochmal. Okay, wieder von vorne. Fantasy ist moralisch häufig relativ unbedacht. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, also können wir uns... Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, also können wir uns problemlos die Köpfe einschlagen. Näh, das klingt auch wieder zu salty, fuck. Okay, dritter Versuch. Moral ist häufig... Tolkien ist schuld. What the fuck ist diese Scheiße? Ähm, ähm... Ja, ähm... Es... Es... Es ist ein klein bisschen kompliziert. Hallo zusammen. Dieses Intro war nur zum Teil ein Gag. Ich hab wirklich zig Anläufe gebraucht, um irgendwie ein halbwegs interessantes Intro für dieses ganze Thema herzustellen. Und dann ist mir irgendwas aufgefallen, was nicht funktioniert hat und ich hab's wieder weggeschmissen. Und ich war wirklich kurz davor, einfach von Bärjungfrau-Mann da so Böse-Meme als Intro reinzupacken und zu sagen, passt wohl. Aber jetzt hab ich halt den Shit hier gemacht. Es ist wirklich unheimlich schwierig, für dieses Thema ein Intro zu finden, ohne dass man klingt, als ob man aus seinem eigenen Arsch herausredet, oder als ob man unheimlich viele Wertungen durch die Gegend schmeißt. Einfach weil Gut und Böse ein relativ tiefgehendes Thema ist, weil man muss über Moral reden und ist das Objektiv, ist das Subjektiv und bla 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 bla. Und ihr merkt, ich laber jetzt schon wieder und ich bin gerade mal im Intro. Das heißt, ich werde versuchen, das Video so gut ich kann irgendwie zu strukturieren. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, wenn ich mit dem Gut und Böse als Definitionszeug anfange. Moral wird generell aufgeteilt in objektive Moral und subjektive Moral. Die beiden verschiedenen Linsen, um Moral zu sehen. Subjektive Moral besagt, dass Moral nicht objektiv ist. Also sie wird entsprechend der Situation, entsprechend der Kultur, entsprechend der Religion immer wieder neu ausgelegt. Während objektive Moral besagt, es muss einen objektiven Stand der Moral geben. Woher der jetzt kommt, kann man sich darüber streiten. Das Problem ist, dass objektive Moral für mich nie wirklich viel Sinn gemacht hat. Egal ob jetzt religiös oder anders. Einfach weil die objektiven Moralregeln zu stark runtergebrochen werden müssen, um Sinn zu machen oder zu allgemein sind, um Sinn zu machen. Nehmen wir mal als Beispiel, du sollst nicht stehlen. Stehlen ist objektiv böse. Aber was ist, wenn ich stehlen muss, um nicht zu verhungern? Was ist, wenn ich in einem System lebe, in dem Kriminalität meine einzige Möglichkeit ist, um zu überleben? Was ist, wenn die Dinge, die ich stehle, eigentlich Teil der Nazi-Kriegsmaschine sind und dadurch, dass ich sie stehle, ich hunderte von Leben retten kann? Wo ist die Grenze zwischen Diebstahl ist böse und Diebstahl ist entschuldbar? Dazu kommt, dass Leute nicht böse sind in ihrem eigenen Kopf. Leute tun Dinge, weil sie in ihrer eigenen Vorstellung einen guten Grund dafür haben. Egal, was ihr jetzt aus den Geschichtsbüchern rausholen wollt, welche grausame, unmenschliche Scheiße ihr jetzt als Beispiel nehmen wollt. Die Leute, die diese Verbrechen begangen haben, dachten, sie haben einen guten Grund dafür. Von jahrzehntelangen Kriegen über ethnische Säuberung bis hin zu Hassverbrechen. Diese Leute tun das nicht, weil, hoho, ich bin so böse, sondern sie tun es, weil sie denken, sie haben einen guten Grund dafür. Sie tun, was in ihrer eigenen Sicht gut oder zumindest was notwendig ist. Und eben deswegen glaube ich, dass Moral sehr subjektiv ist. Einfach weil Dinge, die getan werden, wegen der Umstände oder der Kulturen, in der man lebt, aus einer sehr anderen Sicht gesehen werden können. Aber wenn ich eine allgemeine Definition von Böse festlegen müsste, würde ich sagen, es ist böse, im eigenen Vorteil zu handeln, im vollen Wissen, dass man damit andere schädigt. Das Problem ist dabei, dass man nicht wirklich differenzieren kann zwischen, ich kaufe ein Produkt von Nestle und ich vergewaltige jemanden, aber das wäre das Beste, was ich mir gerade aus den Fingern saugen kann. Das Problem ist, dass diese komplette Scheiße, die ich gerade gelabert habe, vollkommen unsinnig ist, weil Gut und Böse in Fiction unheimlich platt dargestellt wird in der Regel. Bevor wir hier zum eigentlichen Thema kommen, müsste ich eben kurz erklären, was ich mit Geschlecht genau meine. Bei Geschlecht unterscheidet man generell zwischen biologischem Geschlecht, in großen Anführungsstrichen, und sozialem Geschlecht. Das soziale Geschlecht oder Gender, wenn ihr so wollt, ist ein soziales Konstrukt. Einfach weil die Details, was genau ein Mann ist, was genau eine Frau ist, von Kultur zu Kultur leicht unterschiedlich sind. Und in einigen Kulturen, wie zum Beispiel in Hawaii, gibt es Geschlechter, die nicht männlich und weiblich sind, in diesem Fall die Mahu. Und außerdem gibt es in den letzten Jahren deutliche Entwicklungen, sag ich mal einfach im Gender-Bereich, wo es neue Geschlechterformen gibt, die so sozial noch nicht da gewesen sind, zumindest nicht im Westen. Einige Leute sind genderfluid, einige haben gar kein Geschlecht, andere sind Demi-Geschlechter und so weiter und so fort. Also man kann hier mit Fug und Recht sagen, Gender ist ein Spektrum. Bei biologischem Geschlechtern sieht das Ganze, zumindest oberflächlich gesehen, deutlich glatter aus. Auf der einen Seite haben wir eindeutige Männer, auf der anderen Seite eindeutige Frauen und in der Mitte eine klitzekleine Minderheit von Intersex-Individuen. Also es ist nicht wirklich eine Skala, es ist einfach nur ein Mann, Frau und in Anführungsstrichen Abnormalitäten mit unter einem Prozent irgendwo in der Mitte. Das Problem ist, dass biologisches Geschlecht Bullshit ist. Nicht vom Konzept selber her, aber weil sich niemand darauf einigen kann, was genau man mit biologischem Geschlecht genau meint. Was ich damit meine ist, dass man biologisch feststellen kann, welches Geschlecht man ist, auf 20 verschiedene Arten grob überschlagen. Nehmen wir als Beispiel mal das hormonelle Geschlecht, das Chromosomgeschlecht und das anatomische Geschlecht. Chromosom ist relativ einfach, XX ist weiblich, XY ist männlich. Aber auch hier gibt es kleinere Abweichungen mit XXY oder XYY oder sowas in der Art. Also generell wird unterschieden auch zwischen Mann und Frau, XX und XY mit einer kleinen Minderheit an komischen Fällen. Hormonell ist das streng genommen ein bisschen flexibler, einfach weil hormonelles Normal sehr schwer festzulegen ist und da gibt es eine Skala an und für sich. Aber sagen wir mal, einfach behaupten wir mal. Auch hier gibt es typisch männlich, typisch weiblich und in der Mitte ist irgendwo ein kleines bisschen Intersex, wo nicht genau festzustellen ist, ist es Mann, ist es Frau. Und anatomisch ist relativ einfach zu erklären, es ist, wie ist der Körper aufgebaut, ist es ein typisch männlicher Körper oder typisch weiblicher Körper vom Aufbau her. Und auch hier kann man grob sagen, das ist ein männlicher Körper anatomisch, das ist ein weiblicher Körper anatomisch und es gibt ein paar Fälle, die irgendwo in der Zwischenform stecken. Das Problem dabei ist, dass diese Angaben nicht immer übereinstimmen miteinander. Einfach weil es vollkommen möglich ist, dass man hormonell und biologisch und anatomisch und so weiter und so fort komplett als Frau unterwegs ist. Man ist vollkommen funktional, kann Kinder haben, bla bla bla. Aber aus irgendeinem Grund hat sich ein Y-Chromosom gebildet und man ist rein von den Chromosomen her gesehen ein Mann. Das heißt, einfach weil die Unterscheidung hier nicht eindeutig ist und nicht jeder, der hormonell eine Frau ist, auch notwendigerweise anatomisch oder chromosomal oder von den anderen 20 verschiedenen Möglichkeiten biologisches Geschlecht festzustellen, auch notwendigerweise eine Frau ist, gibt es hier auch wieder eine Skala. Das heißt, einfach weil biologisches Geschlecht so vage definiert ist und es so viele verschiedene Methoden gibt, das festzustellen, kann man auch beim biologischen Geschlecht guten Gewissens von einem Spektrum reden. Aber für die paar von euch, die meine Videos gucken, auch wenn sie mit dem Thema nichts anfangen können, hier eine kurze Erklärung. In Star Wars gab es nach der originalen Trilogie das Extended Universe. Also ein ganzer Haufen von Romanen und von Comics, die die Geschichte nach den Filmen weitererzählt haben. Das Extended Universe wurde von Disney nach dem Kauf von Star Wars eingestampft und heißt jetzt Star Wars Legends. Also es ist nicht mehr Canon, aber die Bücher sind weiterhin erhältlich und einige Inhalte aus den Büchern werden ins neue Canon mit übernommen, wie zum Beispiel Admiral Thrawn. Aber es gibt auch einen ganzen Haufen an Inhalten, die wahrscheinlich nie aus Legends rauskommen werden, einfach weil sie nicht besonders gut sind. Beim Extended Universe gab es nicht einen festen Autoren, sondern jeder durfte schreiben. Und es gab nicht super feste Vorgaben dafür, was geschrieben werden durfte. Das heißt, ein ganzer Haufen Autoren haben ihre eigenen kleinen Charaktere eingefügt und eigene Rassen und sonstigen Shit, der nie wieder irgendwo aufgetaucht ist. Und Autoren hatten verschiedene Interpretationen von denselben Charakteren und so weiter und so fort. Das heißt, auf gut Deutsch, es gab viel Scheiße im Extended Universe. Und die Yu Sai Wong fallen meiner Meinung nach leider auch mit darunter. Aber was sind die Yu Sai Wong? Die Yu Sai Wong sind das große Böse im Extended Universe. Sie sind eine Spezies von Aliens, die von der anderen Seite der Galaxie gekommen sind. Und sie sind im Grunde das genaue Gegenteil von Star Wars. Sie haben sich von der Force komplett abgeschottet und sind darum immun gegen Jedi und Sith Fähigkeiten. Sie tauchen nicht mal als Lebewesen in der Force auf. Das heißt, Jedi und Sith können nicht nachvollziehen, wo sich die Yu Sai Wong gerade aufhalten. Sie haben eine Religion, die auf Schmerz und Selbstverstümmelung basiert. Was so weit geht, dass kein einzelner Yu Sai Wong nicht irgendeine Form von Vernarbung oder Körpermodifikation hat. Und Yu Sai Wong verabscheuen Technologie und Cyborgs und Druiden und den ganzen anderen Star Wars Shit. Und darum haben sie Biowaffen. Also die Rüstungen, die sie tragen, sind natürlich gewachsen. Ihre Waffen sind irgendwelche seltsamen Schlangen, die Laserschwerter abblocken und Plasmazeug schießen können. Also sie sind sehr abgespaced und vom Konzept her eigentlich sehr cool. Das Problem ist, dass auch wenn jedes einzelne dieser Elemente sehr gut funktioniert, die Vermischung einfach zu viel auf einmal ist. Es gibt die Jedi, die sich von der Force getrennt haben. Und es gibt Spezies, die immun gegen die Force sind oder eine gewisse Affinität für die Force haben. Das heißt, diese Punkte machen Sinn. Eine Religion, die auf Schmerz basiert, kann ich mir vor allem bei Sith, die aus Schmerzen Energie ziehen können, sehr gut vorstellen. Und eine Abscheu gegen Technologie kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn man das mit Biotech kombiniert. Das Problem ist, dass wenn man all diese Dinge auf einen Haufen packt, keiner dieser Punkte wirklich genug Luft zum Atmen hat. Heißt, die Yu Sai Wong sind zwar ein sehr cooles Konzept, aber leider sehr oberflächlich cool. Das heißt, wir haben zwar eine ungefähre Idee, was sie wollen, aber diese einzelnen Aspekte stehen sich gegenseitig im Weg. Oder um es Angst auszudrücken, dieses Ganze getrennt von The Force und immun gegen The Force ist eigentlich nur da drin, damit man einen Grund hat, warum die Jedi und Sith, die im Extended Universe alle 5 Minuten auftauchen, die Yu Sai Wong nicht einfach nur platt machen. Hallo zusammen. Ein paar von euch werden vielleicht mitbekommen haben, dass es bei OnlyFans ein paar Probleme gab in den letzten Wochen. Und ich dachte mir, es könnte ganz lustig sein, zu erklären, was genau da passiert ist. Und vielleicht auch ein bisschen mit Alufolie auf dem Kopf zu erklären, was die weiteren sozialen Probleme sind, die sich meiner Meinung nach daraus ergeben. Für die von euch, die nicht wissen, was OnlyFans ist, OnlyFans ist eine Seite, auf der Fans die Möglichkeit haben, Kreatöre zu unterstützen, indem sie diesem Creator Geld geben und im Gegenzug dafür bekommen sie dann exklusive Bilder, exklusives Filmmaterial oder was auch immer. Es ist im Grunde wie Patreon, aber wird zu etwa 100% für Pornos benutzt. Und irgendwann haben dann die Institute, die OnlyFans Geld geben, also Paypal, Mastercard und so weiter, gemerkt, scheiße, diese Pornoseite ist eine Pornoseite. Und haben verlangt, dass das ganze FSK-18-Material von OnlyFans runtergeschmissen wird. Also hat OnlyFans dann den ganzen Kreaturen gesagt, tut mir leid, unsere Pornoseite, die fast exklusiv für Pornos genutzt wird, darf nicht mehr für Pornos genutzt werden. Und hat nach etwa einer Woche gemerkt, scheiße, wir sind eine Pornoseite, die nur für Pornos genutzt wird und wir haben gerade unsere Pornos weggeschmissen. Unser ganzes Business ist jetzt für einen Arsch. Also kam sie zurückgekrochen und jetzt dürfen weiterhin Pornos auf der Pornoseite OnlyFans gepostet werden. Bis OnlyFans einen Weg findet, drumherum zu arbeiten und dann dürfen sich die Darsteller wieder andere Wege suchen, ihr Leben zu finanzieren. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie man das Ganze betrachten kann. Oberflächlich gesehen ist das Ganze, zumindest meiner Meinung nach, einfach irre komisch. Eine Seite, die von jedem nur für Pornos genutzt wird, macht den moralischen und sagt, nein, wir sind keine Pornoseite, Pornos werden verbannt. Und dann stellen sie fest, dass zu sagen, OnlyFans ist keine Pornoseite, etwa so wäre, als wenn Pornhub sagen würde, nein, von jetzt an zeigen wir nur noch Animes. Das ist übrigens ein echter Screenshot, das ist nicht gedoktert, ich habe keine Ahnung, was da los war. Aber die Darsteller sehen das höchstwahrscheinlich etwas anders. Aus deren Sicht ist es einfach nur eine andere Firma, die ohne zu zögern ihr Leben zerstören würde, wenn sie damit durchkommen würden. Und aus der Sicht von Reaktionären hätten diese Leben zerstört werden sollen. Die Thumbnails, die ihr hier seht, sind übrigens vom Kanal The Quartering. Jemand, der kein Problem damit hat, dass OnlyFans FSK18 Material von der Seite runterschmeißen möchte und somit tausenden von Leuten das Einkommen wegnehmen möchte. Und der während er über das Ganze, in Anführungsstrichen, berichtet, die Leute, die auf OnlyFans gesuppt sind, als degeneriert und als Sims bezeichnet. Aber der im nächsten Atemzug pseudopornografische Bilder von minderjährigen Charakteren auf seinem Twitter postet. Nur fürs Protokoll, ich habe weder ein Problem damit, wenn jemand gegen Pornografie ist. Und ich habe auf jeden Fall kein Problem mit Pornografie an und für sich. Aber beides gleichzeitig zu machen, ist ein bisschen seltsam. Und das ist der Punkt, wo ich anfange, meinen Hut aus Alufolie zu basteln, weil ich ein bisschen verschwörerisch werde gerade. Ich würde behaupten, dass die Gesellschaft, in der wir leben, sehr sexnegativ ist. Und ich weiß, was einige von euch darauf antworten werden. Das kann nicht sein, weil Sex sells. Und ja, solange ein Produkt nicht direkt für Kinder gedacht ist, gibt es eine ziemlich gute Chance, dass dieses Produkt in irgendeiner Form mit Sex beworben wird. Aber ich würde dagegen argumentieren, dass Sex hier nicht wirklich akzeptiert ist, sondern eher ein Schockfaktor ist. Es ist nicht, ja, wir verkaufen dieses Produkt und wir finden, Sexualität ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft, sondern es ist nur, boom, Titten. Jetzt, wo wir eure Aufmerksamkeit haben, kauft unser Produkt. Das heißt, ich würde argumentieren, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, zu einem gewissen Grad, Sex als ein Ding darzustellen, als ein Produkt. Aber sobald Sexualität in irgendeiner Form als Teil einer Person dargestellt wird, oder als etwas, was eine Person tut, dargestellt wird, gibt es moralische Probleme damit. Beispielsweise gibt es einen ganzen Haufen, die gegen die gleichschlechtliche Ehe sind, einfach weil ihnen der Gedanke, dass zwei Männer oder zwei Frauen eine Beziehung haben, abstoßend ist. Wohlgemerkt Leute, die nie irgendwas mit Homosexuellen zu tun gehabt haben, aber sie sind dagegen, dass das passiert, weil Gründe. Wohlgemerkt sind das, nach meiner Erfahrung, entweder Leute, die einmal in zehn Jahren Sex haben und sich danach mega schuldig fühlen und erstmal beten gehen müssen. Oder das sind Leute, die hinter verschlossener Tür... Die dann die Schuldgefühle, die sie deswegen haben, auf Angel projizieren. Und natürlich gibt es hier einen Doppelstandard. Wie schon besprochen, ist Sex als Produkt oder Werbemittel generell erlaubt, zu einem gewissen Grad. Und das heißt, dass zum Beispiel auf YouTube, entweder in Musikvideos oder allgemein in stinknormaler Werbung, irgendeine Form von Sex problemlos gezeigt werden kann. Aber verschiedene Creator kriegen für ihren Content entweder einen Terms-of-Service-Strike oder eine Altersbeschränkung. Weil es entweder um LGBT-Themen geht oder um sexuelle Themen geht oder um was weiß ich. Mein Lieblingsbeispiel hier ist übrigens Penny Underbust. Seht ihr, das Thumbnail war kein Clickbaiting. Es geht wirklich um die Frau im Thumbnail. Wie ihr vielleicht festgestellt habt, hat Penny eine gewisse Oberweite. Was normalerweise in Blogs und Vlogs kein Problem sein dürfte, weil sie die Dinger ja nicht einfach in die Kamera hält. Aber sie hat mehrere Videos, die einen Terms-of-Service-Strike oder eine Altersbeschränkung bekommen haben. Für unangemessene pornografische Inhalte. Videos, in denen sie nichts macht außer zu reden. Die Existenz von großen Brüsten ist für YouTube genug, um ein Video als altersbeschränkt gelten zu lassen. Aber es ist vollkommen okay, wenn in der Werbung, die vor dem Video läuft, Titten genutzt werden, um Wodka oder Burger zu verkaufen. Dazu kommt, dass es, zumindest in der Sicht einiger Männer, eine gewisse Entwertung einer Frau gibt, sobald sie mit Sex in Kontakt gekommen ist. Das wäre dieses ganze bescheuerte Jungfrau-und-Hure-Prinzip. Es gibt legitime Männer, die der Meinung sind, dass die Meinung einer Frau oder dass die Frau selber weniger als eine Person wert ist, wenn sie ihre Sexualität frei auslebt und ihre Sexualität nicht nutzt, um ihren Mann zu gefallen. Das Ganze überträgt sich übrigens auch auf die Männer, die Kontakt mit diesen Frauen haben. Beispielsweise war es vor ein oder zwei Jahren, genau, weiß ich es nicht mehr, dass IDUPS öffentlich gesagt hat, er hat kein Problem damit, dass seine Freundin einen Onlyfans-Account hat. Und er wurde sofort als Kack und als Zimp und als degeneriert dargestellt, weil er es erlaubt, dass andere Männer den Körper, in Anführungsstrichen, seiner Frau betrachten dürfen. Ich weiß nicht, aus welchem Jahrhundert diese Arschgeigen gekrochen gekommen sind, aber sie existieren. Die Katakomben des verlassenen Tempels waren mit einer dunklen Aura erfüllt. Mit dem Geruch von Tod und dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Dies war der Ort, an dem vor vielen Jahrzehnten die großen Helden den Dämonenfürsten Dhaeron vernichtet hatten. Doch es schien, als ob etwas von ihm zurückgeblieben wäre. Etwas, das den Boden vergiftet und das Leben aus dieser Region vertrieben hatte. Und als die Abenteurer das betraten, was einst die Halle der Anbetung war, sahen sie, was zurückgeblieben war. Der Trümmer eines Horns, so groß wie zwei Männer. In der Mitte eines Haufens von Knochen und Schädeln, die, wie die Verballhornung eines Altars, um dieses Horn herum aufgestapelt wurden. Und als die Tore hinter unseren Helden zusammenschlugen und die Knochen anfingen sich zu bewegen und sich zu monströsen und abstrusen Dingen zu formen, wurde ihnen klar, dass sie bald Teil dieses Altars werden würden. Das hier ist Brandon Sanderson, einer der bekanntesten Autoren für Sci-Fi und Fantasy und auch derjenige, der die drei Regeln für Magie erfunden hat. Die Regeln gelten übrigens nicht nur für Magie, sondern für alle übernatürlichen Elemente innerhalb der Story. Das heißt für Superkräfte, Future Tech, Raumschiffe und das ganze andere Zeug. Die erste und komplexeste Regel lautet, deine Fähigkeit als Autor, ein Problem mit Magie in einer befriedigenden Weise zu lösen, ist proportional dazu, wie gut die Leser die Magie verstehen. In der Vorlesung selber wurde hier sehr ausführlich erklärt, wie man das Ganze angehen kann. Das hat sehr viel mit vernünftigem Setup zu tun und mit den Gefühlen, die man erzeugen möchte. Aber man kann es zusammendampfen auf, such dir die Regeln für deine Magie aus, erkläre diese Regeln im Laufe der Story und versuche nicht, diese Regeln zu brechen. Wenn wir als Beispiel einmal Avatar nehmen, haben wir als Regeln aufgestellt, jede Nation kann ein Element bändigen und der Avatar kann alle vier Elemente bändigen. Wenn jetzt ein Charakter auftaucht, der zwei Elemente bändigen kann, ist das ein Bruch in der Logik der Welt. Das reißt Leute aus der Story und macht die ganze Welt weniger glaubhaft. Die zweite Regel lautet, Limitierungen sind interessanter als Effekte. Das Interessant bezieht sich in diesem Fall auf die Story. Es ist interessanter zu wissen, was ein Charakter nicht tun kann, als zu wissen, was er mit seinen Kräften anfangen kann. Typische Limitierungen sind Kosten, Limits und Schwächen. Nehmen wir mal als Beispiel Green Lantern. Die Kosten bei Green Lantern sind, dass die Energie, die er hat, limitiert ist. Er muss seinen Ring immer wieder an der Laterne aufladen. Die Limitierungen sind die Willenskraft und die Kreativität des Green Lantern. Der Green Lantern kann nur Sachen erzeugen, wenn er die Willenskraft dafür hat und kann nur erzeugen, was er sich vorstellen kann. Das heißt, wenn er sich etwas nicht vorstellen kann, kann er es nicht erzeugen. Und die Schwächen von Green Lantern sind in den alten Versionen Holz und in den neuen Versionen Gelb. Das heißt, er kann Sachen, die aus Holz sind oder die gelb sind, nicht mit seinen Kräften beeinflussen. Dadurch, dass wir wissen, was die Limitierungen der Kräfte sind, können wir Storys darum herum aufbauen und das Ganze deutlich interessanter machen, als Mann in grünem Kostüm haut jemand mit großer Zauberfaust. Und die dritte Regel ist, gehe tiefer, nicht weiter. Das heißt, erfinde nicht für jede Gelegenheit fünf neue Zaubersprüche, sondern nutze das, was du hast und gehe damit tiefer. Ein gutes Beispiel dafür ist das Worldbuilding in Avatar. Erdbändiger können Erde bewegen und darum sind viele Städte der Erdbändiger darum herum aufgebaut. Zum Beispiel hat Omashu ein komplettes System von Karren, die durch Erdbändigen und Schwerkraft transportiert werden und somit Waren durch die ganze Stadt transportieren können. Ein anderes Beispiel wäre, dass Toph, dadurch, dass sie blind ist und ein anderes Verständnis davon hat, was Erde ist, Metall bändigen kann, weil sie die Steinüberreste im Metall spüren kann. An den Kräften selber wurde hier nichts verändert. Es wurde nur darüber nachgedacht, wie diese Kräfte logisch erweitert werden können und wie sie effektiv ins Worldbuilding eingebracht werden können. Das ist nicht deine Geschichte, ist etwas, was man ab und zu mal in Foren liest, wenn man fragt, wie man Minderheiten schreiben soll. Und kommt meistens dann auf, wenn es um Transcharaktere und Transitioning oder Gay-Culture oder LGBT-Culture im Allgemeinen oder um Black-Culture oder um sowas in die Richtung halt geht. Also meistens um irgendwelche Minderheiten, die zwar in eine Story eingebracht werden sollen, aber von Leuten, die nicht Teil dieser Gruppe sind. Und ich möchte ein bisschen was zu meiner persönlichen Philosophie zum Thema sagen und vielleicht eine kleine Diskussion in den Kommentaren damit erzeugen. Und als Disclaimer vorweg, ich bin zwar neurologisch atypisch und nicht heterosexuell, aber ich bin trotzdem ein weißer Mann. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, das disqualifiziert meine Meinung zum Thema, dann ja, schönen Tag noch, danke für den View. Und für den Rest von euch hier das Video zum Thema. Bevor ich jetzt zu theoretisch oder irgendwie allgemein komisch werde, ein paar Beispiele zu dem, was ich eigentlich meine mit Das ist nicht deine Geschichte. Static Shock behandelt Themen von Rassismus und Diskriminierung, Bandengewalt und Waffengewalt. Alles Themen, mit denen der ursprüngliche Autor von Static Shock in Kontakt gekommen ist. Das heißt, es dürfte sich eigentlich niemand beschweren, wenn er diese Geschichten erzählen möchte. Alice in Leatherland wurde von einer LGBT-Autoren geschrieben. Und hier geht es um die LGBT-Community, Kink und sexuelle Selbstfindung. Also auch hier ziemlich eindeutig, es ist eine Geschichte, die sie direkt betrifft. Also ist es kein Problem, wenn sie diese Geschichte erzählt. In Avatar geht es sehr stark um die Kultur von amerikanischen Ureinwohnern, wenn auch sehr oberflächlich. Und um die Ausbeutung von einem Heimatland. Alle Sachen, mit denen James Cameron nichts am Hut hat. Also ist es nicht seine Aufgabe, diese Geschichte zu erzählen. Die Vorregel, die ich dabei habe, ist, wenn dich etwas direkt betrifft, ist es deine Story. Wenn dich etwas nicht direkt betrifft, ist es nicht deine Story. Das heißt, wenn du Teil einer Kultur bist oder Teil einer Community oder Randgruppe oder was auch immer bist. Und du über diese Community schreiben möchtest. Ist das dein gutes Recht. Also weil das deine persönlichen gelebten Erlebnisse sind, die du in diese Story einbringst. Wenn du ein Außenseiter bist, also zum Beispiel nicht homosexuell bist, aber eine fiktive Story schreiben möchtest darüber, wie schwierig es für Homosexuelle ist, in der Welt klar zu kommen. Ist es nicht wirklich deine Story zu erzählen. Es sind nicht deine Erlebnisse. Du hast wirklich wirklich eine Ahnung, was genau da vor sich geht. Dasselbe für Kulturen und für religiöse Gruppen und so weiter und so fort. Es ist nicht wirklich deine Aufgabe, zu erzählen, wie andere Gruppen ihr Leben leben, wenn du dieses Leben nicht gelebt hast. In einem vollkommen fiktiven Contest kann man das ein bisschen auflockern, einfach weil man nicht eins zu eins Sachen kopiert. Aber es ist eine generelle Faustregel, dass wenn man über Elemente aus der echten Welt und Gruppen aus der echten Welt redet, man sich an dem orientieren sollte, was man selber erlebt hat und nicht versuchen sollte, die Geschichten von anderen Leuten zu erzählen. Wenn ihr nicht transsexuell seid oder non-binary oder irgendwas, was in das Trans von LGBT fallen würde, dann ist es vollkommen okay, wenn ihr transsexuelle Charaktere in eurer Story habt, solange sie vernünftig geschrieben sind. Aber wenn es in der Story um die Transition und sexuelle Selbstfindung und so weiter und so fort des Charakters geht, solltet ihr es einem Auto überlassen, der selber trans ist, einfach weil es nicht eure Geschichte ist und nicht eure Erlebnisse sind. Und falls sich irgendjemand fragt, warum das wichtig ist oder warum ich dieses Ding überhaupt aufgreife, es ist für Autoren dieser Randgruppen deutlich schwieriger, ihre eigenen Filme gemacht zu kriegen, einfach weil die Studios kein Interesse daran haben. Es ist, seit Avatar rausgekommen ist, für amerikanische Ureinwohner, die Skriptschreiber oder Autoren sind, fast unmöglich, einen Film über die eigene Kultur an AAA Studios zu verkaufen, einfach weil sie an den Maßstäben von vorher Pocahontas und jetzt Pocahontas und Avatar gemessen werden. Das heißt, wenn der Film sich nicht gut genug vermarkten lässt, wird er nicht gemacht. Und gut genug vermarktet, heißt er in den meisten Fällen, pack irgendeinen weißen Typen als Hauptrolle rein, nimm die Teile von der Kultur, die wir nicht mögen, raus und kritisiere Leute nicht zu viel und dann können wir vielleicht den Film machen. Das heißt, es ist einfach für Filmstudios deutlich angenehmer, wenn Filme von Leuten gemacht werden, die mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben, weil diese Leute deutlich weniger Skrupel haben, eine Kultur oder eine Randgruppe falsch darzustellen. Äh, mein Lord? Hm? Die Erde wird instabil, weil wir zu viele Tunnel graben. Seid ihr sicher, dass wir mehr Eisen brauchen? Ja. Okay, fangen wir mit dem Thema an, das höchstwahrscheinlich nur mich interessiert. Und wir alle Themen hier. Ähm, ja, die von euch, die sich noch an die alten, in Anführungsstrichen, Videos über mein Setting erinnern, werden sich noch grob daran erinnern können, dass ich sowas Pseudo-Star-Wars-mäßiges mit verschiedenen Welten geplant hatte. Was ich allerdings mehr oder weniger abakter gelegt habe, weil sich das relativ stark mit dem anderen Zeug beißt, was ich im Setting habe. Allerdings hatte dieses Planeten-Ding einen großen Vorteil. Nämlich, dass es einen gewissen Disconnect zwischen den verschiedenen Welten gab. Einfach, weil da dieses Eta-Weltraum-Ding zwischen ist. Das heißt, ich kann relativ frei Schnauze sagen, das kommt dahin, das kommt dahin. Aber jetzt, wo ich an einer zusammenhängenden Fantasy-Welt arbeite, stoße ich an gewisse Probleme. Eines dieser Probleme ist, dass eine der größeren Fraktionen des Settings im Grunde Rom-Griechenland ist, also irgendwo in der Bronzezeit festhängt. Und eine andere große Fraktion eine Renaissance-Armee ist. Also Pike und Schott-Ära irgendwo im späten 16., späten 14. Jahrhundert, irgendwo in dem Dreh, also diese 200 Jahre. Das heißt, wir haben Typen in Bronze-Rüstung mit spitzen Stöckern gegen Formationen von Pikenkämpfern und Kanonen. Ja, so gesehen nicht mehr der fährste Kampf, wenn die sich eine Grenze teilen auf dem Festland. Mein Problem ist jetzt, dass ich diese Pike und Schott-Ära und Landsknechtsästhetik relativ interessant finde und zwar bisher in Fantasy noch nicht wirklich gesehen habe. Also wollte ich das nicht wirklich wegschmeißen. Auf dem anderen Ende kann ich nicht auf einmal sagen, ja, die Römer haben jetzt Panzer und das erinnert sonst nichts am Setting. Das heißt, ich bin hier wieder ein bisschen am, was machst du jetzt von beiden? Bis ich ein paar Nachforschungen gemacht habe und festgestellt habe, man kann Pike und Schott-Taktiken und Armeen problemlos in der Bronzezeit laufen lassen. Nein, ernsthaft. Okay, um das kurz zu erklären, Pike und Schott besteht aus, wie ihr euch denken könnt, Pike, also Piken und Schott, also Schwarzpulver. Die Pike, ein unheimlich langer Speer, meistens so 5-6 Meter lang, ist etwas, das nicht im Spätmittelalter entwickelt, sondern das im Spätmittelalter wiederentdeckt wurde. Und das wurde unter anderem benutzt von Alexander dem Großen, einem Typen aus der Bronzezeit. Und Alexander der Große hat auch Bauchlader-Armbrüste benutzt, also Armbrüste, die nicht irgendeinen komplizierten Windenmechanismus hatten, sondern einfach unheimlich mega starke Bögen, die kein normaler Mensch spannen kann, aber die, wenn man die auf ein Brett nagelt und sich dann auf dieses Brett rauflehnt mit so einem einfachen Lademechanismus, man durch sein gesamtes Körpergewicht diesen Bogen trotzdem spannen kann. Das heißt, Pike und Schott in der Form von Piken und Armbrüste, Armbrüste sind im Grunde der Vorläufer von Schwarzpulver bei Pike und Schott, kann ich problemlos in der Bronzezeit laufen lassen und habe eine mehr oder weniger gebalancete Armee. Und das Lustige ist, hier in dem Fall Pike und Schott ist nicht nur militärisch, sondern auch kulturell ein großer Umbruch gewesen, weil Europa mehr zentriert wurde und man von kleinen Fürstentümern weggegangen ist, mehr zu großen nationaleren Gedanken. Und das war die Zeit, wo stehende Armeen angefangen haben, sich zu bilden. Und das ist etwas, was in der Antike vorgeherrscht hat. Die Griechen und vor allem die Römer hatten große stehende Armeen, die man übers Mittelalter so nie gesehen hat, die aber im Spätmittelalter und in der Pike und Schott Ära wieder aufgebaut wurden. Das heißt, Pike und Schott als kulturelles und als militärisches Konzept funktioniert in der Bronzezeit und in der Antike. Ich weiß nicht, ob das irgendwen außer mich interessiert, aber ich finde das unheimlich interessant und unheimlich lustig. Unwiderlegbare Hypothesen sind zumindest für mich unheimlich interessant. Hauptsächlich, weil es Leute gibt, die ohne mit der Wimper zu zucken, akzeptieren, dass diese unbeweisbaren Hypothesen vollkommen Sinn machen, obwohl sie in der Realität vollkommen schwachsinnig sind. Und zum anderen, weil diese Hypothesen unheimlich spezifisch wirken, aber trotzdem so schwammig sind, dass sie halt nicht widerlegbar sind. Nehmen wir mal einfach als Beispiel Freuds altbekanntes Du willst deine Mutter ficken Zeugs. Die Behauptung, dass man Sex mit der eigenen Mutter haben möchte, klingt erstmal nach etwas sehr spezifischem, aber das Problem ist, dass die Beweisführung nach Freud vollkommen für den Arsch ist. Einfach weil alles ein Indiz ist. Du hast einen Typ von Frau, der in irgendeiner Art und Weise deiner Mutter ähnelt, in Form von Körperbau, von Haarfarbe oder von was auch immer. Bumm, das ist ein Beweis dafür, dass du Sex mit deiner Mutter haben willst, weil du einen ähnlichen Frauentyp dir aussuchst. Du bevorzugst einen Frauentyp, der absolut nichts mit deiner Mutter zu tun hat, vollkommen anderer Haarfarbe, Haarstil, vollkommen anderer Körperbau, andere Hautfarbe meinetwegen noch und bumm, es ist bewiesen, dass du deine Mutter ficken willst, weil du dir unterbewusst einen anderen Frauentyp aussuchst, um diese inzestuösen Instinkte zu unterdrücken. Du bist homosexuell oder asexuell oder irgendwas anderes, wo du nicht Sex mit Frauen haben möchtest. Bumm, dein Unterbewusstsein unterdrückt deine inzestuösen, heterosexuellen Gedanken, weil Freud unbedingt Sex mit seiner Mutter haben wollte und allen anderen die Schuld gegeben hat, nur nicht sich selber. Beginnen wir einfach mal mit einem kleinen Dörfchen, um zu erklären, wie so eine Machtstruktur sich entwickeln könnte. Wenn wir die einfachste Option nehmen und sagen, dass niemand irgendwie hochgestellt ist, also alle haben mehr oder weniger dieselbe Autorität, dann werden Sachen in der Gruppe entschieden. Also es wird darüber diskutiert, es wird abgestimmt, es wird gewählt und es wird zusammen entschieden, wie die Gruppe vorgehen soll. Wollen wir die Ressourcen, die wir haben, nutzen, um einen Hafen zu bauen oder um die Stadthalle auszubauen? Es wird darüber diskutiert, es wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen und alle arbeiten zusammen, um das gewählte Ziel zu erreichen. Und hier gibt es einen ganzen Haufen verschiedener Auswüchse, je nachdem, wie viele Leute beteiligt sind, welche Machtstrukturen es dahinter gibt, wie weit das Ganze wirtschaftlich geregelt ist und ob es irgendwelche Abgrenzungen gibt von Leuten, die nicht wählen dürfen und so weiter und so fort. Das Gegenteil haben wir bei aristokratischer Machtfindung, wo es aufgrund der Arbeitsteilung eine Gruppe gibt, die einfach nur die Befehle gibt, um die Übersicht zu behalten. Sowas entsteht meistens entweder, wenn sich jemand selber wirklich heraustut als Führer der Gruppe oder wenn sich jemand auf eine göttliche oder heroische Abstammung berufen kann, so wie fast alle Adeligen, die irgendwo rumlaufen. Das heißt, in diesem Fall würde dann von diesem aristokratischen Machthaber beschlossen werden, dass, nein, wir brauchen keine größere Stadthalle, wir brauchen einen Hafen und er verwaltet dann die Ressourcen und teilt die Arbeit zu, damit dieser Hafen seinem Wünschen entsprechend nachgebaut wird. Und auch hier gibt es wieder einen ganzen Haufen von verschiedenen Auswüchsen von einzelnen Machthabern über eine kleine Gruppe von Machthabern bis hin zu komplett geschulten Leuten, die ihr ganzes Leben lang auf die Rollen vorbereitet werden sollten und so weiter und so fort. Und nur, um nicht super allgemein zu bleiben, hier zwei Beispiele. Nehmen wir einfach einmal einen Händlerprinzen als erstes Beispiel. Das wäre jemand, der sich aufgrund von wirtschaftlichem Können heraustut oder einfach wirtschaftlichem Kapital heraustut und das in Infrastruktur und Söldner und Sonstiges investiert, um für sich selber die größte Macht rauszugreifen, die er kann. Das heißt, wenn wir in diesem Fall zum Beispiel jemanden haben, der Textilien verkauft und dadurch sehr reich und erfolgreich wird, kann er dieses Geld benutzen, um nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher zu werden, sondern politisch mehr Macht zu haben. Er kann in einem demokratischen System die Stimmen anderer kaufen. Du wählst für das, was ich will und dann kriegst du Geld dafür. Oder kann in einem aristokratischen System die aristokratischen Machthaber bestechen. Und falls das für euch ein bisschen unrealistisch klingt, das ist im Grunde, was die Lobbyisten heutzutage tun und was die Italiener früher ein bisschen weniger subtil gemacht haben. Und als letztes nehmen wir einfach ein Mighty Max Right Beispiel. Also in diesem Fall kristallisiert sich der stärkste Typ mit der größten Armee raus. Entweder in harter Form, in Form eines Warlords, der wirklich mit eiserner Faust und Militärpolizei die Stadt regiert, oder eher als Softpower in Form einer Kriegergilde, wo dieser Warlord zwar nicht wirklich direkte politische Kraft inne hat, aber alle Soldaten in der Stadt sind rein zufällig seine Kumpel und arbeiten nur für ihn. Das heißt, wenn du Ordnung in der Stadt haben willst, musst du das tun, was er sagt. Das wäre im Grunde eine klassische Militärdiktatur und das beruft sich meistens eher auf Sicherheit und Ordnung, egal ob jetzt echt oder erfunden, und hat deutlich weniger mit Freiheit zu tun als viele der anderen Modelle. Und ihr seht schon, auch wenn das alles sehr allgemein gehalten ist, gibt es einen ganzen Haufen von verschiedenen Ideen und verschiedenen Strukturen, mit denen ich hier rumspielen kann. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es hier nicht um ein kleines Dörfchen geht, sondern um eine riesige, in Anführungsstrichen, Welt, weil Universum zu faul ist, egal, hier was um einen Haufen fliegender Inseln, die alle ihre eigenen kleinen Kulturen haben, die sich entwickeln können, und ihr seht, warum ich diese Videos mache, um mir selber zu erklären, wie viel fucking Arbeit ich vor mir habe, oder? Wir finden uns in einer generischen, Europa-inspirierten Fantasy-Welt wieder, in der es eine Abenteurer-Gilde gibt, die die Abenteurer in verschiedene Ränge einteilt, und in der Quests mit einem schwarzen Brett vergeben werden. In letzter Zeit gibt es immer mehr und mehr Monster, weil der Demon Lord wieder erwacht ist. Dieser Demon Lord hat höchstwahrscheinlich vier Generäle, und ihm steht ein Held der Menschen gegenüber, der eine Party anführt, die aus typischen Fantasy-Klassen bestehen, wie einem Weißmagier, einer Elfe, einem Schwertkämpfer und einem Schwarzmagier. Und dieser Held und eventuell die Gruppe wird sich dem Dämonenfürsten entgegenstellen. Dieses Mal habe ich sogar ein konkretes Beispiel dafür, was ich meine, wenn ich sage, dass Fantasy-Autoren zu hart voneinander kopieren. In diesem Fall Tote Helden. Ein Michael-Peinkofer-Roman, von dem ich vielleicht drei oder vier Kapitel reingekommen bin, bevor meine Augen so hart gerollt haben, dass sie mir fast aus dem Kopf geflogen sind. In diesen paar Kapiteln haben wir eine Person, die in die Zukunft sehen kann, einen kleinwünsigen Charakter mit Alkoholproblemen, einen Hofnahen, der Visionen hat, einen grausamen König mit einem Löwenmotiv und einen Feuergott, der verlangt, dass Ungläubige verbrannt werden. Und falls ihr denkt, dass ich aus den drei Kapiteln oder so die Sache einfach nur rausgepickt habe, weil ich ein Arschloch bin, es gibt eine Plotline, in der ein Charakter einen Attentäter rettet, der sich selber als Niemand bezeichnet und bekommt von diesem Charakter eine Münze, durch die er später Hilfe einfordern kann und bekommt außerdem eine Schifffahrt in ein fremdes Land. Ich werde nicht behaupten, dass Pankhofer 1 zu 1 von Martin geklautert, aber ich werde behaupten, dass Tote Helden während des Game of Thrones Hype rausgekommen ist. Und auch wenn diese Elemente zwar in dieser Welt existieren, sind die vom Kontext her anders und durcheinander gemischt und so weiter und so fort, aber es ist sehr auffällig, dass während eine Geschichte mit diesen Elementen sehr populär ist, ein anderer Autor diese selben Elemente aufgreift und in seiner eigenen Story zusammendreht. Natürlich ist es wichtig zu hinterfragen, warum diese Elemente existieren und wie sie ursprünglich genutzt wurden. Und Fantasy hat die doofe Angewohnheit, das einfach nicht zu machen. Darum hat jede Fantasy-Welt unsterbliche, schöne Elfen, obwohl sie eigentlich das sterbende alte Zeitalter bei Tolkien repräsentiert haben. Aber jetzt sind sie überall und für immer und symbolisieren gar nichts mehr. Und das bringt mich zum klickbettigen Titel dieses Videos, die wichtigste Frage, die ihr euch beim Worldbuilding stellen müsst. Warum? Nehmen wir mal einfach ein Beispiel aus der echten Welt und zwei verschiedene Ansätze, wie damit umgegangen werden kann. 13.50 Diejenigen von euch, die gerade das Handy gegen die Wand geworfen haben, wissen, was ich damit meine. Für alle anderen hier eine kurze Erklärung. 13.50 ist eine Nazi-Dog-Whistle. Also etwas, was Rechtsradikale sagen, wenn sie signalisieren wollen, dass sie rechts sind, aber nicht wollen, dass es sich jeder gleich mitbekommt. 13.50 beruft sich darauf, dass in den USA Schwarze etwa 13% der Bevölkerung ausmachen, aber 50% der gewalttätigen Verbrechen begehen. Diese Statistik ist streng genommen Blödsinn, weil gewalttätige Verbrechen so gedoktert und geschnitten wurde, dass man die Zahlen hochgetrieben hat auf 50. Aber sagen wir einfach mal, es wäre korrekt. Ist es nicht, aber sagen wir mal einfach, fürs Argument es wäre korrekt. Die Reaktionen, die es darauf gibt, sind sehr verschieden. Bei den Kollegen, die, ich sag mal einfach freundlich, sich rechts der Mitte befinden, ist die Reaktion einfach, das Ganze zu akzeptieren. Ja, 13.50 macht Sinn, die sind brutal und dumm, weil sie schwarz sind und diese Zahlen beweisen das. Hö, 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 ich bin ein Nazi. Bitte schneidet das nicht aus dem Kontext. Das kann ich momentan wirklich nicht gebrauchen. Und auf dem linken Flügel haben wir halt die vernünftige Reaktion. Die Reaktion, die sagt, von mir aus 13.50, aber warum? Und die Antwort ist, dass Schwarze systematisch ausgebeutet und benachteiligt wurden in den USA. Also als Beispiel, sie wurden als Sklaven in die USA gebracht. Nachdem sie endlich frei waren, wurden sie durch Redlining und andere offensichtlich rassistische Politiken in die ärmsten Gebiete gedrängt, die man finden konnte. Und dann wurden sie auch noch aktiv von allen, in Anführungsstrichen, weißen Sachen getrennt. Und weiße Sachen heißt in diesem Fall vernünftige Bildung und vernünftige Berufe. Dazu kommt, dass in den Gebieten, in denen die Schwarzen wohnen müssen, oder ein Großteil der Schwarzen wohnen muss, aus Armut, Schulen haben, die nicht wirklich Gelder zur Verfügung haben. Das heißt, in den USA gibt es ein System, in dem die Schwarzen erst als Sklaven hergekommen sind, dann in die ärmsten Gebiete gedrückt wurden und jetzt in den Gebieten leben müssten, in denen sie nicht wirklich eine Chance auf Aufwärtsmobilität haben, weil sie keine Bildungsmöglichkeiten haben. Und sie haben nicht das Geld, in andere Gebiete zu ziehen, eben weil sie durch diese Geschichte von Sklaverei und erzwungener Armut nicht das Geld haben, um umzuziehen in den meisten Fällen. Das heißt, Kriminalität ist im Grunde vorprogrammiert. Und dazu kommt, dass die Polizei diese armen Gebiete überdurchschnittlich patrouilliert und, seien wir ehrlich, mega super rassistisch ist. Das heißt, es ist kein Wunder, dass überdurchschnittlich viele Afroamerikaner im Knast landen oder wegen, in Anführungsstrichen, gewalttätigen Verbrechen verhaftet werden. Eben weil die USA ganz gezielt über Jahrzehnte hinweg die Schwarzen benachteiligt hat, sie in Ghettos gedrängt hat und dann Umstände gefördert hat, die zu Bandengewalt geführt haben. Und all das wird einfach stumpf ignoriert. Und es wird gesagt, na, die persönliche Entscheidung dieser 13% sorgt für unheimlich viele Verbrechen. Oh boy, sind die Schwarzen nicht böse. Es gibt einen Grund, warum ich keine Politik-Videos mehr mache, oder? Fuck me.